Alright, Freunde. Kann sein, es kann sein, dass wir Zugang haben zu Counter-Strike 2. Vielleicht haben wir den Key. Vielleicht ist es auch ein Big-Troll von Felix. Das wäre ehrenlos. Alright, ladies and gentlemen. Imagine, ich bekomme vor Trillux einen Key. Bro. Bitte, 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 bitte. Ja! Oh, wir haben es, oder? Wenn das kommt, dann haben wir es doch, oder? Bro! Let's go! Oh! Oh, my God, that's sick. No way! Bro! Let's go, chat! Wir kommen in der limitierten Test-Version von Counter-Strike 2. Jetzt fängt dieses Test-Version von Counter-Strike 2. Bro, big fucking M-G-1!